Wie international ist Teilchenphysik? Michael Rogal im Gespräch Guten Tag, Michael Rogal. Ah ja, Anna, in deiner Liste von... Als ich zuerst nach Karlsruhe kam, ich war vorher in Berlin, und Berlin ist eine riesige Stadt, dann war für mich Karlsruhe zu klein. Und das war für mich negativ. Aber mit der Zeit habe ich positive Seiten auch hier gefunden, weil das ist alles kompakt. Man kann alles erreichen in sehr kurzer Zeit. Natur steht auch vor der Tür. So kann ich zurzeit keine negative Seiten für Karlsruhe finden. Wäre theoretische Teilchenphysik eine Person, welche Sprache würde sie sprechen? Eigentlich Mathematik, aber wenn man etwas seriöser nachdenkt, es kann alles sein. Es kann Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, alles Mögliche sein. Und zurzeit haben wir Englisch als internationale Sprache sehr verbreitet. Es war aber auch nicht immer so. Viel früher war Griechisch und Latein für Wissenschaft viel wichtiger. Und später, in der Zeit von Leibniz, es war auch Deutsch und Französisch auch für Wissenschaft sehr wichtig. Gibt es internationale Unterschiede in Lehre und Forschung? Oder ist Teilchenphysik grenzenlos? Physik ist grenzenlos, das ist richtig. Aber natürlich, es gibt auch Unterschiede in Lehre und Forschung zwischen Ländern. Und hier, ich glaube, meistens in Lehre, weil in Forschung, das ist mehr oder weniger gleich. Aber in Lehre, wir haben mehr Unterschiede, da die Ausbildungssysteme in verschiedenen Ländern sind unterschiedlich. Deswegen, man lernt auch alles ein bisschen anders. Welche Stellung nimmt die Forschung am KIT in internationalem Vergleich ein? Sogar in der Zeit, als ich noch nicht nach Karlsruhe kam, in verschiedenen Tagungen, Workshops, internationalen Konferenzen und auch bei den wissenschaftlichen Papieren, habe ich Wörter Karlsruhe Universität, jetzt KIT, sehr oft gehört oder gelesen. Weil in KIT, man macht wirklich eine gute Leistung und gute Arbeit. Und ich kann jetzt auch, ich kann auch jetzt sagen, wenn man irgendwo hinfährt, dann man sieht schon, dass Karlsruhe, KIT wird in dem Sinn sehr oft gesprochen. So kann ich sagen, dass KIT und Forschung, welche man hier macht, nicht nur Teilchenphysik, ist eigentlich weltweit bekannt. Was gefällt Ihnen an der Arbeitsweise in Deutschland? Und was stört Sie? Ich habe meinen Tisch, meinen Arbeitsplatz. Mit technischer Ausrüstung ist es auch mehr oder weniger okay. Ich habe meinen PC auf meinem Tisch. Ich habe Möglichkeiten, meine Rechnungen an Supercomputern zu machen, der hier in Karlsruhe sich befindet. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe genügend Zeit, um meine Idee zu verwirklichen und zu bedenken. Störend? Ja, vielleicht. Ich habe wie viele hier Lehrverpflichtungen. Das nimmt wirklich viel Zeit. Das finde ich aber auch normal. Schließlich, wir sind eine Universität. Und das hat natürlich auch seine Vorteile. Man kriegt auch viel Erfahrung mit der Lehre, welche man machen soll. Wie beschreiben Sie Ihre Familie und Ihren Bekannten, Karlsruhe und das KIT? Ja, zuerst zu Karlsruhe. Karlsruhe, ich würde so sagen, das ist eine schöne Stadt. Stadt ist relativ klein, nicht aber zu klein. Und man kann hier aber alles finden, was man für sein Leben braucht. KIT, ich kann so beschreiben, das ist eine Universität oder eine Institution, Forschungsinstitution, in dem Stadt, in Karlsruhe, wo man eine spitze Arbeit leistet. Es gibt hier eine gute Lehre von anderer Seite. Das ist natürlich sehr gut für den Studenten. Und gleichzeitig wird an KIT viel geforscht. So würde ich KIT und Karlsruhe beschreiben. KIT, ich kann so beschreiben. Das ist natürlich sehr gut für die Lehre von der Lehre. Das ist natürlich sehr gut für die Lehre. Das ist natürlich sehr gut für die Lehre. KIT, ich kann so beschreiben.